Hallo Leute, ich bin's die Lu und heute habe ich den ArtPack Perpetuum für euch. Wie ihr seht, geht's endlich mal wieder auf die Insel Eiler und mal wieder zu ArtPack. Ich habe heute den ArtPack Perpetuum für euch. Was an Perpetuum mobile ist, kann sich jeder, weiß glaube ich jeder, kann sich jeder denken. Der Name ist ganz passend gewählt, denn beim ArtPack Perpetuum wurden junge und alte Destillate bei ArtPack miteinander verheiratet, gewettet. Und der Whisky ist anlässlich des ArtPack Days für 200 Jahre ArtPack 2015 abgefüllt worden. Also 1815 ist die Brennerei gegründet, können wir uns daraus errechnen, wenn wir rechnen können. Und eine Nase-Abfüllung, wie eigentlich üblich zum ArtPack Day. Jetzt muss ich lunschen, 47,4%. Ich verlinke euch genau diese Abfüllung mit dem Bottle-Code unten in der Infobox, da könnt ihr in der Whisky Base nachgucken. Kostet so zwischen 100 bis 200 Euro, ist immer, finde ich, schwer preislich zu betiteln, weil einfach diese ArtPack Day-Sonderabfüllung total, ja, eigentlich total gehypt werden und ausverkauft sind, bevor sie verkauft werden. Das ist wie der Versuch, Wackentickets zu bekommen. In letzter Zeit irgendwie unmöglich. Und ja, ich will dann lieber entspannt den Whisky mal auf der Messe probieren und mich dann ärgern, dass ich keine Flasche habe, wenn er gut schmeckt oder so. Ich habe aus der Reihe bisher den Supernova probiert auch. Und noch einen. Aber ich weiß nicht mehr welchen. Es gab noch irgendeinen, den ich da probiert habe. Der Supernova war mir persönlich viel zu heftig. Ich glaube, da kommt nächstes Jahr zum ArtPack Day, dieses Jahr zum ArtPack Day, irgendwann zum nächsten ArtPack Day kommt wieder eine Variante des Supernovas raus. Ich bin gespannt. Aber jetzt haben wir erstmal den Perpetuum, eins nach dem anderen. Typisch blass für ArtPack. So riecht Ayla. Nein, kleiner Scherz. Doch, so riecht Ayla für mich. So ein bisschen teerig. Aschig. Ich finde ArtPack hat grundlegend immer einen sehr, naja, so staubig-aschigen Rauch. Es gibt welche, zum Beispiel Karl Ayla finde ich, der hat entweder so total Kohle-Stück-Ablecken oder sehr fleischig. Die haben irgendwie immer noch dieses Salzige mit drin. Das habe ich bei ArtPack immer nicht. Es ist wirklich so Grill-Asche vom Rauch her. Trotzdem habe ich hier auch so hinten in der Nase, finde ich, kommt bei ArtPack die Zitrone sehr raus. Ist immer sowas sehr, ich habe mal bei einem ArtPack-Tasting gesagt, als gefragt wurde, wie der Zehner für mich riecht, habe ich gesagt wie Whisky Sour. Da gab es ein bisschen Ärger für, aber so grundlegend die Richtung stimmt. Das heißt, man hat immer diese Zitrus-Note mit drin. Das ist nicht so richtig super fruchtig. Eher wirklich so dieses Zitrus-artige. Und der hier hat aber definitiv auch was weicher, fruchtiges. So ein bisschen, ich erinnere mich, dass das nicht nur ein Ex-Bourbon, sondern auch Sherry-Fässer sind, die hier mit dabei sind. Findet ihr das dramatisch? Also wir sagen ja immer Ex-Bourbon-Cask und dann sagen wir einfach nur Sherry-Cask. Richtig korrekt wäre es ja, wenn es ein Ex-Sherry-Cask, wenn man das immer so sagen würde. Mir ist das jetzt öfter aufgefallen, dass ich auch durchaus auf der Messe schon, als ich am Stand war, gefragt wurde, oder auch in Brennereien direkt in Schottland, ja, haben sie auch Sherry? Weil es steht ja überall immer Sherry fast drauf. Ist das überhaupt ein Whisky oder ist das ein Sherry? Stört euch das, wenn das ungenau gesagt wird? Also mich stört es nicht, aber... Ja, der hat auf jeden Fall, ich weiß nicht, für mich hat Sherry immer irgendwas... so ein bisschen eine helle Frucht, die aber trotzdem rötlich ist. Also es ist jetzt, Sherry fast ist für mich weniger so Ananas oder Banane oder Apfel, sondern mehr so Orange in Richtung Beeren gehend. Aber ich habe noch nicht so die Sherry-Frucht für mich gefunden. Aber er hat auf jeden Fall, neben dieser extremen Zitrone und diesem staubig-aschigen, hat er auf jeden Fall diese Fruchtnote, diese etwas süßere Fruchtnote mit drin. Darfst du den Nüschel nicht zu tief reinhalten ins Glas? Die kommt auch sehr deutlich raus, wenn man hinter den Mantel guckt. Den Trick habe ich auch bei einem Tasting gelernt. Einfach, wenn man riecht, bei Artbeck ist manchmal der Rauch wie so ein schwerer Mantel da drüber. Und wenn man dann hier oben am Glas die Nase hinhält, die Nasenspitze, so, und dann riecht, dann kann man manchmal so ein bisschen hinter diesen intensiven Rauch riechen. Wie auch immer das funktioniert, keine Ahnung, aber ich persönlich habe für mich festgestellt, es ist was anderes, wenn ich meine Nase hier dran halte, als wenn ich sie hier reinstecke. Dann probieren wir mal. Ich war gerade kurz von der Fleischigkeit überrascht. Also trotzdem aschig, der Rauch, aber er hat auch was unglaublich würzig-herzhaftes. Also ich kann es eigentlich nur als ominöses Umami beschreiben. Es ist so dieses, es ist nicht nur Asche, es hat auch, ich kann es auch nur als fleischig beschreiben, herzhaft irgendwas. Es ist kein bestimmtes Gewürz, es ist nicht so, dass ich sage, Pfeffer oder Salz oder was auch immer. Es ist so dieses einfach, es ist, Asche ist so ein recht flacher Geschmack, recht eindeutig, aber hier ist irgendwie noch, da ist noch was drunter. Auf jeden Fall, also wow, das hat mich gerade so ein bisschen umgehauen und so ganz leicht tut hier und da mal die Süße durchpieksen, so als würde man, ich weiß nicht, bei uns in der Gegend wird viel Gulasch mit Preiselbeeren gegessen und das ist so diese Kombination aus herzhaft und süß. Jetzt nicht exakt das, aber bei uns wird halt dann Sahne und Preiselbeeren zum Gulasch gereicht, ist einfach so und das ergibt diese Kombination aus herzhaft und süß, die ich hier drin jetzt total irgendwie hatte, wo die Süße wirklich nur super dezent ist. Am Anfang kommt die durch, da habe ich jetzt kurz so Marmelade gefasst im Kopf gehabt. Da kommt die sehr angenehm, sehr dezent, dann kommt diese super fleischige und hinten raus, so dieser richtig klassische Artback, trocken, Staubzunge, Asche, das kam jetzt so hinten raus. Ich habe es übrigens, weil ich ganz oft so in Essen beschreibe, was ich schmecke, habe ich es geschafft, auf der Whisky-Messe einen Gast zu verstören, der mich danach gefragt hat, wie einer von diesen Whiskys schmeckt und der war für mich halt wie so ein Dinner und so habe ich den auch beschrieben, mit Hauptgang und dann Wildbraten und dann hinten raus noch Aprikosen, Kompott und, ne, weil es für mich einfach, ich habe mich geschmacklich daran erinnert, dass das so ähnlich oder fast genauso schmeckt. Und er hat mich angesehen, hat sich umgedreht und ist gegangen. Ich weiß nicht, ob ich ihn verstört habe oder ob er gesagt hat, du Freak, du, nein, so kann doch kein Whisky schmecken, du hast keine Ahnung, du laberst mich hier mit Müll zu, ich weiß es nicht. Das fand ich sehr witzig, da musste ich gerade wieder dran denken, weil ich jetzt von Gulasch und Preiselbeeren geredet habe. Wie schmeckt der Artback Perpetuum denn so für euch? Also, ich würde dem, es ist schwer, geschmacklich ist er eine 7 mit Tendenz nach oben, aber dieses ganze Preisgemache, da muss ich leider mit dem Hammer draufhauen und aus der 7 eine 6 machen. Tut mir sehr leid, aber mir geht das einfach tierisch auf den Zünder, muss ich mal so ganz ehrlich sagen, dass man eben, man hat einfach keine reelle Chance davon mal was zu probieren und sich dann zu überlegen, schmeckt er mir und sich dann die Flasche zu kaufen. Ich weiß, das ist der Markt, so ist es nun mal, hör auf rumzuholen, aber es ist ein bisschen schade für denjenigen, der vorher halt gern probieren möchte und nicht einfach nur blind drauf loskauft. Geschmacklich aber ein super Whisky, echt lecker. Persönlich hat er mir auch besser gefallen als der Supernova, der war einfach zu weg. Das war wie Start von einer Rakete und dann war alles vorbei an dem Tag, da habe ich nichts mehr geschmeckt. Sehr angenehm, schöner Trinkwhisky, schöne Facette auch von Artback, schöne Ergänzungen, finde ich. Ich überlege gerade, der Corey Bracken ist offen, ich kann den ja mal vergleichen mit dem anderen Artback. Was ich aber vorhin eigentlich fragen wollte, ob ihr auch so verrückte Verkostungsnotizen macht für euch, ob ihr die nur im Kopf habt, ob ihr mit Freunden darüber redet. Wie läuft es bei euch ab, so geschmacklich? Ist es für euch nur lecker oder nicht lecker? Ist es für euch eher, ja und dann haben wir diese Noten und jene? Oder wie ist es für euch? Also für mich ist es halt ganz oft einfach Essen und Erinnerungen oder das riecht wie bei meiner Oma zu Hause oder solche Sachen. Ich arbeite da sehr viel mit Erinnerungen einfach und mir persönlich macht es Spaß. Corey Bracken, da habe ich glaube ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Guckt einfach mal in die Artback-Playlist, dann könnt ihr sehen, was ich alles schon für euch verkostet habe. Der hat 57 Prozent, also mehr Alkohol, das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Aber hier steht, leider nicht drauf, ob er gefärbt ist. Ist das niedlich. Hier ist ein Bild drauf, so ein kleines, ich weiß gar nicht, Piktogramm, ob man das sehen kann. Dass man nicht schwimmen soll, nachdem man getrunken hat. Das finde ich sehr witzig, weil auf dem Corey Bracken, der Corey Bracken ist ja ein Meeresstrudel. Ja, finde ich sehr witzig. Farblich sieht man hier auf jeden Fall schon mal so einen Unterschied. Das ist der Perpetuum, das ist der Corey Bracken. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob er gefärbt ist. Der ist noch mal fleischiger. Also ich glaube, ich muss das revidieren, dass ich gesagt habe, Artback ist aschig. Der ist jetzt noch fast auch salziger. Intensiv, aber wenig trockenaschig. Aber wir haben auf jeden Fall so einen, ich habe jetzt total, hier ist auch irgendein anderes Fass als noch ein Bourbonfass dabei, weil der riecht total nach Schokolade. Heute. Das finde ich auch so geil, dass man manchmal Whiskys hat, die jeden Tag anders schmecken für einen. Also grundlegend natürlich immer gleich, aber dass man so ganz andere Noten dann nochmal entdeckt. Mir ging das letztens so, da habe ich Verkostungsnotizen für einen Zehner LaFraud gefunden von mir von vor drei Jahren. Und der hat ähnlich, aber trotzdem mit anderen Noten einfach geschmeckt an dem Abend. Das fand ich total interessant. Ja, so eine Mischung aus Nutella-Crep und irgendwas Salzigen. Was ist das? Hinten raus wesentlich aschiger, also so im Gesamtgeschmack. Riecht der fleischiger, ist aber aschiger. Hinten raus, das erinnert mich total ans Grillen irgendwie. Irgendwas mit Grillen. Und am Anfang auch diese Süße, aber gar keine Zitrone. Wirklich eher Kakao, heiße Schokolade und hinten raus so Grillfackel so ein bisschen. Und der Perpetuum im Vergleich dazu. Von der Süße heller. Hellere Süße, nicht so dunkel wie beim Cori Bracken. Jetzt muss ich mal kurz einen Schluck Wasser zwischendurch trinken. Der ist sehr, sehr intensiv, der Cori Bracken. Der ist wirklich, boah, der verteilt sich im ganzen Mund und krallt sich richtig fest an deinen Geschmacksknospen. Ja, Perpetuum ist milder, heller, süßer. Mit hinten raus, aber auch so trocken, aschig. Interessant. Ich bin letztens gefragt worden, Oa oder Cori? Da habe ich Cori gesagt. Jetzt stelle ich gleich mal die Frage, Perpetuum oder Cori? Cori. Ich weiß nicht, ich habe mich in den Cori Bracken irgendwie verknallt. Ist, finde ich, einfach komplex, intensiv, super eingebunden, trotzdem super smooth. Der Perpetuum, toller Trinkwhisky, schöne Facette, aber einfach zu hell von der Frucht her. Für mich im Moment stehe ich ja sowieso auf dieses Dunkel-Schoki-Rauch-Gemisch. Ähm, ja, und einfach wirklich grundlegend ein bisschen zu teuer für meinen Geschmack, finde ich schade. Ähm, und mich würde auch durchaus mal so eine Altersspanne interessieren, weil Junges und Altes Distillat kann ja alles Mögliche bedeuten. Ähm, und Nas generell habe ich keine Probleme damit, aber es ist halt einfach immer so interessant, dass einfach, es muss ja nicht fett groß auf der Flasche stehen, aber einfach so als Funfact, als, ne, so wie es auf den meisten steht, dann destilliert, dann abgefüllt, reicht mir, ne, so als Information oder könnte so in die Richtung ungefähr Jahre alt sein. Einfach interessanter Nebeneffekt, den ich gern bei vielen Whiskys noch dazu hätte. Ja, das war der Artbeck Perpetuum im Vergleich auch mit dem Cori Bracken. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mal einen Kommentar da, wie ihr es fandet. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Slangi! Und damit ihr auch ja keinen Whisky mehr verpasst, abonniert mich auf meinen Social-Media-Kanälen und schaut nochmal auf meinen Blog vorbei. Da gibt es noch jede Menge mehr Infos zum Thema Whisky für euch. Und bis dahin, Slangi va! Und bis zum nächsten Mal!